Ja, und weiter geht's mit Need for Speed Most Wanted. Wir hatten... doch, ein Rennen hatten wir noch übrig. Alles klar, dann machen wir das noch ganz kurz. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie weit wir waren. Ich hab jetzt wieder längere Zeit nicht aufgenommen. Man hört, glaube ich, auch, dass ich noch ein bisschen krank bin. Was ein bisschen doof ist. Aber, naja. Ich hoffe, das geht so. Ähm, normales Sprintrennen ist... Also sollte kein Problem werden, eigentlich. Außer die, äh... machen irgendwelche Scheißsachen mit mir. Oder die, äh, Passanten oder so. Naja, Passanten nicht. Anderen Verkehrsteilnehmer. So. Und da könnten wir eigentlich gleich schon versuchen, gegen, äh... Jewels. Oder wie sie heißt. anzutreten. Und ihr, ja, den Wagen abzunehmen, hoffentlich. Alle Rufzeichen. Für ihre Rottwerke, der Street Tracer gemeldet. In öftlicher Richtung. Und, ja, genau. Ähm... Ich hab gute Neuigkeiten bei euch. Oder mehr oder weniger gute Neuigkeiten. Je nachdem, wie ihr das empfindet. Äh, Saints Row funktioniert wieder mit dem Aufnehmen. Hat sich jetzt alles geklärt, indem ich das Radio einfach komplett ausgemacht hab. Äh, kann ich also dementsprechend jetzt wieder aufnehmen. Wird also jetzt auch so als zweites Hauptprojekt laufen. Need for Speed ist ja eigentlich nur ein Nebenprojekt. Mein Hauptprojekt ist ja momentan Must-Fact. Und, ähm, ja, wenn Must-Fact fertig ist, dann wird Saints Row auf jeden Fall erstmal an die Spitze kommen, von Hauptprojekten her. Dann wird davon wahrscheinlich am meisten kommen. Und ansonsten hab ich ja viele andere Nebenprojekte. Also hier Need for Speed, ähm, Bitrip Runner momentan. Wobei das, denke ich mal, auch nicht mehr ganz so lange geht. Und, ähm... Battlefield. So, das ging ganz gut. Wir sind übrigens auf Erster und haben 65% schon abgeschlossen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Mich stört's ein bisschen, dass wir die Bullen am Arsch haben, weil... Wir haben, glaub ich, ja schon alles für die Bullen, äh, ja, gemacht. Sobald, oder... Wenn ich mich richtig erinnere. Es kann gut sein, dass wir... Genau, ich glaub, wir mussten diese zwei Nagelbänder noch machen, aber... Die sind egal, weil... Die kommen sowieso nicht und die bringen auch nur ein bisschen Kopfgeld. Das können wir uns auch so irgendwann nochmal wiederholen, das Kopfgeld. Von daher völlig egal. Ja, komm schon. So, hier runter geht. Geht's geradeaus weiter? Ja, zum Glück. Kann's ausmachen. Danke. Und da ist das Ziel auch schon. Nein, das war ja gar nicht so schwer. Jetzt muss ich nur noch von den Bullen abhauen. Das war uns dann, äh, ja, gegen Jules. Äh. Beweisen können, wie auch immer. So. Versuche ich mal hier reinzukommen. Und alle wegzuhauen. Wurde überhaupt ein? Ja, ein, zwei. Ja, einer ist noch hinter mir. Die Tankstelle wird mir da jetzt weniger bringen. Dann drehe ich einmal ganz kurz. Dann verfolgen sie mich vielleicht wieder richtig. So, vielleicht bringt das ein bisschen was. Ja, toll. Da wurde ja auch empfohlen, dass ich einen Wagen für, ähm, ja, Verfolgung mir kaufe. Und einen für Rennen. Ist eigentlich keine schlechte Idee. Werde ich auf jeden Fall mal machen. Dann werde ich demnächst, wenn ich mir mal einen neuen Wagen kaufe oder, was weiß ich, den von Jules bekomme und den irgendwie brauche. Da kann ich deren ja für, ähm, für, hier, wer ist das? Rennen nehmen. Und diesen hier dann für Verfolgungsjagden. Ach komm, wie viele kommen da denn jetzt? Toll, wenn man wieder keine Bullen braucht, dann kommt wieder hier eine ganze Verstärkung an, ey. Ist ja klar. So, ihr solltet jetzt aber eigentlich keiner reinkommen. So, da warte ich jetzt hier einfach. Ich denke, das schneide ich raus. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da bin ich auch wieder. Und, wir haben es geschafft. Wir sind endlich entkommen. Und können dementsprechend, ja, gegen Jules antreten. Ein Sprint, ein Drag. Das hört sich nicht so schwer an. Beim Sprint muss ich jetzt drauf achten, dass ich in die Statistik gucke. Wegen dem Auto. Ich würde den Wagen schon gerne haben. Ich muss sagen, von der Lackierung her gibt es auf jeden Fall bessere. Aber wahrscheinlich kann man diese Art Verbesserung nicht in Most Wanted nachbauen. Weil man, ja, die Vinyls ja, da hat man ja nur ein Vinyl leider. Und deswegen kann man den wahrscheinlich in Most Wanted nicht ganz so geil nachbauen. Also, da könnte man in Underground 2 zum Beispiel ein bisschen mehr schon draus machen. Polar Carbon oder sonst was. Hier, muss ich sagen, gefällt mir die Lackierung nicht ganz so gut. Aber es wäre wahrscheinlich die beste, die ich nehmen könnte. So, und wenn ich da zu den Wagen noch geschenkt käme, wäre das eigentlich ganz nett. So, ähm... Jo, ich muss jetzt ein bisschen reinhauen. Ich haufe mir sonst davon ab. Wie auch immer. Ah, fuck. Das kann nicht so lahm. Das ist, glaube ich, sowieso mal wieder Zeit für einen neuen Wagen. Da würde er sich eigentlich ganz gut anbieten. Ach, komm. Was will die denn da ganz hinten? Aber ich hole schon ein bisschen auf. So, das Leto war jetzt ein bisschen doof eingesetzt. So, das hätte ich jetzt lieber hier einsetzen können. Oh, kann ich mich mal anhalten? Gibt's ja gar nicht. So, aber jetzt gleich habe ich so. Hier abkürzeln nehmen auf jeden Fall. Ah, fuck. Fast. Ah, egal. Ich kriege die noch. Ist nur eine Frage der Zeit. So, hier gehe ich jetzt perfekt rum. So. Jetzt ist er erstmal hinter mir. Jetzt habe ich ein bisschen Freiraum. Ist schon mal ganz gut. Jetzt muss ich nur noch vorne bleiben und... Niemand mit einem Ramm am besten. Boah, die holt aber schon wieder richtig auf, ey. Nein, nicht die Bäume. Die bremsen einem immer so stark. Naja, kein Wunder sind ja Bäume. Ist ja nicht so, dass man irgendwie, äh... Ich weiß nicht, gegen was fährt. Ist ja schon ein richtiger Baum, ne? Aber, äh... Reden wir nicht über Bäume, sondern... Über was? Hm... Über... Dass ich gleich gewonnen habe, wenn ich jetzt nicht faile. Oder nicht noch weiter faile. Besser gesagt. Ah. Scheiße. Ja, das war's jetzt. Ach, komm, ey. Das ist jetzt ja wohl ein Witz. Ich wäre da normalerweise nicht hängen geblieben. Wäre da nicht diese unsichtbare Wand gewesen. Alles so däfisch. Ach, Mensch, ey. Ey, das ist ärgerlich, ey. Oh, ne Scheiße. So, dann holen wir mal hier auf. Ja, schön. Wo hatte sie mich denn überholt? Oder... Ich glaub, sie hatte mich auch hier überholt. Wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ich weiß aber gar nicht mehr ganz genau. Na, da kommst du schon langsam. Also, die hat auf jeden Fall keinen langsamen Nutzer, oder? Könnt man schon mal. Oh, nicht so dicht, ey. Ha. So, ich bin's abgedrängt. Ja. Immerhin. Besser als nichts. Mir fällt auch auf, dass kaum Verkehr ist. Bis auf einen sind Taxi. Mir fällt doch gerade echt wenig ein, worüber ich reden könnte. Ich bin gerade im Begriff dabei, den Führerschein komplett zu bestehlen. Was mich sehr freuen würde, weil ich hab echt keinen Bock mehr. So, komm. Die Fahrstunden gehen mir ein bisschen gegen den Strich irgendwie. Weil es einfach... Ja, es ist halt wirklich sinnloses Umhergefahre. Und... Das Ding ist... Ich kann fahren, aber... Man muss trotzdem noch Übungsstunden machen. Das ist... Das ist ein bisschen doof. Aber ich hab's dann hoffentlich demnächst geschafft. Dann hätte ich endlich mal wieder... Keine Fahrstunden, ey. Führerschein ist mir da gerade irgendwie schon wieder zweitrangig. Hauptsache, keine Fahrstunden mehr. Wobei die Fahrstunden eigentlich... Die sind nicht so schlimm, nur... Also der Fahrlehrer zumindest. Aber ich hab trotzdem irgendwie nie Bock drauf. Ich weiß nicht, die ersten fünfmal waren vielleicht noch ganz geil, aber danach... Ich hab's mir auch so, ach nee, schon wieder. Und, naja. Ich hatte jetzt einen Monat Pause. Also ich hab, glaub ich, vom... Weiß nicht, vom... Vom 10. Dezember oder so bis zum 10. Januar irgendwie so nichts gemacht. Also keine einzige Fahrstunde. Und... Fuck. Ja gut, er baut auch einen Notfall. Oder sie... Ist ganz gut. Und... Ja, jetzt muss ich natürlich nochmal ein bisschen was nachholen. Ja. Ist ein bisschen doof, aber... Was soll's. Wenn ich's hinter mir hab, dann hab ich's hinter mir und dann... Dann hab ich schon mal eine Sorge weniger. So, und jetzt überholt sie mich schon wieder, oder was? Das darf ich ja wohl nicht zulassen. So, hier guck ich jetzt, dass ich gut rumkomme. So, und jetzt hier bitte auch noch. Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Alles klar. Das hätten wir dann endlich geschafft. So, Rennstatistik. Äh, Statistik. Verkehrsunfälle 0. Sollte also bedeuten, dass ich... Das erste... Oder warte. Wurde, glaub ich, gesagt... Dass sie auch damit was zu tun hat, oder? Also es müsste das erste oder das zweite richtig sein. Ähm, also... Wenn wir den Wagen auswählen, das erste oder das zweite... Wahrscheinlich... Äh, okay, und ein Drag. Kann was werden. Erstmal hochschaltet er hoch. Bei... Ja, 6,7 circa. Alles klar. So, dann kann ich jetzt erstmal loslegen. Wenn ich jetzt weiß, wo er aber hochschaltet, perfekt. Dann ist es nicht mehr ganz so schwierig. So, wie lange ist denn das Ganze eigentlich? Direkt beim ersten Mal gewonnen. Nice. Obwohl ich überhaupt keine Übung mehr in Dragren hatte. So, sie kann mal nach Hause fahren jetzt. Mit dem Bus natürlich. Oder mit dem Taxi von mir aus. Denn, hoffentlich... Äh, achso, die Maus. Gehört jetzt... Ihr Wagen mir. Nice. Hat funktioniert. Und dann nehme ich noch, äh... Leistungsupgrade. Okay, das war, glaube ich, Getriebe. So, Nummer 7. Ah, wir kommen mal langsam voran. Kira, äh... Nakazato oder Case. Falls man es so ausspricht. Wagen mir 10. Benz, äh... CLK 500. Stärke Sachschaden. Case hat, äh... Hat einen echten Dachschaden. Wenn sie mit ihren bescheidenen Können nicht weiterraum kommt, rammt sie sich einfach den Weg frei. Das Mädchen ist fieser, als man denkt. Sie zerlegt alles, was hier in die Quere kommt. Dich eingeschlossen. Die hat kein Problem. Soll es nicht besser heißen, sie hat kein Problem, oder? Die hat kein Problem damit, sich neue Beulen zu holen, nur um dicht Platz zu machen. Kann sich ein neues Auto kaufen, um dicht Platz zu machen. Von mir aus. Okay, der Wagen gefällt mir spontan nicht ganz so. Hey, hier ist Ronny. War es zu leicht gegen ihn? Na gut, wir werden sehen, wie leicht es wird, wenn wir gegeneinander antreten. Das haben wir doch schon ganz am Anfang gesehen, Ronny. Macht ihr doch keinen Fall. Okay, ähm. Wir gehen ganz kurz zum Unterschlupf. Und dann Wagenauswahl. Wir haben jetzt drei Wagen. Den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Den kann ich ja verkaufen. Dann werde ich den jetzt demnächst benutzen. Na, den muss ich noch tunen, auf jeden Fall mache ich aber beim nächsten Mal. Ähm. Dann benutze ich den für... Für die Verfolgungsjacken, weil ich da jetzt schon drei... Drei Sterne habe, quasi. Aus der GTA-Sicht, quasi. Und, ähm, dementsprechend mehr Punkte damit bekommen. Und schneller Straßensperren aufgestellt werden, und so weiter. Und den benutze ich dann für diese minimalen Kopfrennen. Und den dann für die maximalen, wahrscheinlich. Oder irgendwie so. Zunächst zumindest. Gut. Äh, ich würde aber sagen, bevor wir jetzt den Wagen tunen und weitermachen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Denn, äh, 17 Minuten reichen erstmal wieder. Bei mir zumindest. Äh. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht, mit Most Wanted. Bis dann. Ciao.